Oh, Gugulatze hat er unter dem linken Auge schon einen kleinen Cut. Oh, trifft er! Kusch geht zu Boi! Oh, Gugulatze hat er! Und der Scherpo-Boschert ist sehr schön, idealer Punkt auf der Szene. Aber ich glaube, es geht nicht so, wie Gugulatze hat er. Er hat sich nicht so, 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 er hat sich nicht so. Hier sehen wir, dass Herr Schütz wiederkommt, aber es war so, dass es in seinem ersten Spiel war, und er hat vier Köln. Wir sehen, ob Alex Schwartz für das eine bessere Rezept wird. Er schlägt ihn hier auf dem Land. Und er ist auf der Köln. Der zweite Spiel war noch besser als der ersten Spiel. Aber hier sehen wir, dass er ein paar schüttliche Hüder schlägt, und er schlägt ihn hier auf dem Land sehr qualitativ. Better pay attention. And he slips a shot. Oh! Knocks down McBadden! Alan Bugoso! Going to work! McBadden learned that he's not invincible tonight. I mean, that's the type of thing that can change the trajectory of your career as far as the way you approach fights and realizing you're not... Guns are out and firing! Hammerfist coming down! And we have seen enough Kyle Stewart! ...and Dominik Dąbrowski. Z walki na walkę widzieliśmy ogromny progres. No i zobaczmy, bo chyba w pierwszych tarapadach znajduje się Kosiorek, rozwija ręce w ofensywie Rawiński, ale proszę zobaczyć jaka zmiana sytuacji. Kosiorek dopada na... Po jedynku on tymi ciosami spychał do defensywy Damiana Kosiorka. Ten rozpaczliwie z defensywy prowadza uderzenia. No i jeden z tych ciosów doszedł. Za chwileczkę zobaczymy jak właśnie na twarz Sławka Rawińskiego. No to był prawe na szczękę uderzenie, które po prostu zupełnie gdzieś wybiło z równowagi Sławomira Rawińskiego. Pomimo tego, że to była już jego czwarta próba w MMA, no to jednak trudno obronić. To Rodríguez. Fue un overhand right. Konecta 1, Konecta 2, Konecta 3 Zdjęzyna 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 Koffe Klemmen Koffe Koffe Khalus Koffe 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 Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Es geht zurück. Das ist gut. Es geht nicht. Geht nicht. Aber ich glaube, Hariton hat das Gefühl, dass es in den Kulakas nicht aus dem Dänamit ist, den wir auf den Tysons auf der Fall nicht verletzt haben. Wir sehen uns auch, Wir sehen, dass ein sovieler Befehl auf dem Körper erhält. Das ist alles. Das ist alles. Und das ist ein Schweres. Das ist ein Schweres. Das ist ein Schweres. Das ist ein Schweres. Die Schweres sind sehr passiv. Aber es ist nicht so gut. Die Schweres sind sehr gut. Du hast die Schweres. Und du hast das Schweres? Der war völlig чист und verletzend aus den Nissen. Ein schöner Verkauf. Matias hat das sehr verletzt. Und hier ist der Stad. 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 Es ist noch sehr aktiv. Er ist noch nicht aktiv. Er versucht, Alexei zu beobachten. Ja, das ist schon ziemlich gut. Ich denke, dass er sehr gut ist. Wir sind sehr gut, die Beobachtung von Alexei. Wir haben es schon gesehen. Wir haben es schon gesehen. Wir schauen uns an das. Wir sehen uns. Ja, 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 er war wirklich vor uns. Ich denke, dass er richtig gut ist. Und Jun hier, Görig in die Suppe spucken. Oh, der geht zu Boden, das war's! Oh, wild shot! Mendoza stuck him! Pavement rendered! Justified there. Now the spinning back fist, watch. Boom, right there in behind the ear. That'll put you down, man. Here it is again. Bam, right there. And then the... And then the... And then the... ... ... ...